Jetzt komme ich in die obere Geschöße, sind auch viele Kinder da. Total süß, viele Familien mit ihren Kindern. Fett und die Babys, endlich schön geben. Jetzt bin ich bei den Kinderbüchern. Das Riesenbuch der wilden Tiere, Seidenstrahl. Also da sind wirklich ein paar schöne Bücherboxbücher. Käpt'n in Blau, ein bunter Hund, Funkelsee, Flucht auf die Pferdeinsel, Pferdebuch, das Goldene Fohlen. Das Riesenbuch der wilden Tiere, Seidenstrahl. Ziemlich cool. Jetzt komme ich zu den Jugendbüchern. Kein Marx. Lea Joplin, nichts ist gut ohne dich. Mal, was du was ist. Vielen Dank.